Wir spielen in Graz kein Zombie-Modus mehr. Ich muss gleich essen. Und da war eine kleine, schnelle Runde. Und ja. Also noch die Runde und dann können die beiden noch ein Video machen. Ohne mich halt. Und ja. Ey man, jetzt sind die Reader Remington 2.0. Das gibt's doch nicht. Vielleicht sollten wir die auch nehmen. Speer erledigt. Ja. Oh shit. Och jo, da kamen sie zu dritt einfach. Keine Chance, ich. Aber in der Kino-Schuhs. Splittergranate. Die schiebe in der Kino-Schuhs. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Vorräte über uns. Oh shit. Schon wieder mit der Pumpgun. Remington. Lass sie nicht 2.0 nennen, einfach Remington, ja? Kein Bock 2.0 aufzusprechen. Ja. Ja! Digga! Splittergranate! Ach komm. Da klaut er mir noch den Kill. Jo, jetzt kommt die wieder von da, dann wieder von da und dann von da. Moment! Junge, ich brauche endlich mal eine richtig geile Waffe. Sie schlagen uns, wendet das Blatt. Das ist scheiße. Wenn ich mal meine perfekte Waffe hätte, dann hätte ich A-Wie scheiße. Oh, danke. Irgendeiner aus unserem Team hat mir grad zu legen gerettet. Jo, guck, guck, schon wieder Remington. Was, was gibt's eigentlich für Loops? Das ist einfach kack. Ganz ehrlich, das macht doch keinen Spaß. Feindliche Drohne gesichtet. Drohne nähert sich. Erbündete Hellstorm unterwegs. Bewegung, Bewegung! Ja, guck mal, der steht da oben. Opfer. Der steht da oben und campt einfach. Schwebeladung eingesetzt. Verbündete Hellstorm unterwegs. Och, komm! Guck dir den Arsch an. Ist mir jetzt egal, ob ich Schlafskill war. Jetzt sieht jeder, was für ein fetter Noob der ist. Guck. Noob, 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 noob. Noob, 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 noob. Alle Snoops Alle Snoop ja ich würde mich auch jetzt verabschieden weil ich muss dringend essen und ja dann sagt schaut bei amos davius vorbei bei den zocker king und ja da sagt ich immer noch 321